Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es wäre das Recht oder die Freiheit, zu beantworten, Ihre Opinion zu beantworten. Ja, für mich ist es, so zu sein, wie man ist. Auf jedem Thema, an jedem Punkt. Sich so zu zeigen, wie man ist. Und so zu leben, wie man es selbst für richtig hält. Ohne andere in irgendeiner Form einzuschränken. So you want to be, how you want to be? Yeah, yeah. Just like that.